Nun haben wir die Spitzenkandidaten gehört, dann wollen wir natürlich auch eine entsprechende Einschätzung vom Politikwissenschaftler Prof. Dr. Thomas König. Ich grüße Sie, bevor wir jetzt aber erstmal auf die Kandidaten schauen, vielleicht auf ein paar Vorzeichen, nämlich die Maskenaffäre in der CDU, die immer noch nachspielt. Jetzt hat die CDU Maßnahmen ergriffen oder will welche ergreifen für den Bundestag. Gehen die weit genug? Glauben Sie, so kann noch Schaden behoben werden? Na ja, es sind die ersten Versuche, den Schaden einzudämmen. Die Frage ist, wie glaubwürdig wird das beim Wähler ankommen? Und ich denke, es sind neben den vorgeschlagenen Maßnahmen noch sehr viel weitergehende erforderlich, um das zu verhindern, was wir eigentlich nicht möchten, nämlich dass die Abgeordneten anderen Herren sozusagen dienen als dem Wähler. Blicken wir mal auf Baden-Württemberg und da den Kampf, ich sage jetzt einfach mal Gretschmann gegen Eisenmann. Ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet sein, um aktuell dem Amtsinhaber die besseren Chancen einzuräumen. Da müssen Sie noch nicht mal Politikwissenschaft studieren. Der Punkt ist der, was interessant ist, ist der Vergleich zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und wie die Spitzenkandidaten auf beiden Seiten dann am Ende tatsächlich ihre Parteien noch mal stabilisieren oder wie in Rheinland-Pfalz sogar entgegen dem Trend der Bundes-SPD wirken. Also hier ist ein klarer Einfluss der Spitzenkandidaten. Leider gehen dabei allerdings etwas die Landesthemen bei diesen Wahlen unter. Allerdings, wenn man auf Rheinland-Pfalz ja schaut, Landesthema natürlich oder großes Thema ist die Corona-Pandemie. Da steht Rheinland-Pfalz ja relativ gut da, sowohl in Sachen Inzidenzen als auch was die Impfquote angeht. Also von daher kann ja wahrscheinlich die Amtsinhaberin momentan diesen Inhaberbonus ja auch nutzen. Ja, das versuchen natürlich auch die Parteien und entsprechend die Amtsträger. Aber ich würde ganz generell davon ausgehen, dass im Moment die Amtsträger, die ja auch permanent medial zu sehen sind, einen großen Vorsprung in Krisenzeiten genießen. Und das werden wir in beiden Fällen auch sehen. Und auf der anderen Seite ist es offen, inwieweit der Wähler die Pandemie jetzt sozusagen nach der Leistung des Landes im Vergleich sieht oder nach den Ereignissen im Bund, wo uns ja doch andere Dinge beschäftigen, wie die Frage nach dem Testen oder aber auch den Impfungen. Also trotzdem dann unterm Strich kommen Ihnen in dem Wahlkampf, in den Wahlkämpfen die Landesthemen, die eigentlichen, zu kurz? Ja, es ist leider etwas überlagert, aber das ist verständlich angesichts der Pandemie. Es ist so, dass durchaus andere Dinge erwähnenswert wären. Also natürlich auch im Kontext der Pandemie, die Bildungspolitik ist hier sehr wichtig, aber nicht zu vernachlässigen sind ja auch andere Sachen, wie beispielsweise auch die wirtschaftliche Performance. Und da sind die Länder doch auf unterschiedlichen Entwicklungspfaden. Es ist noch ein bisschen Zeit für die Parteien im Endspurt zur Landtagswahl dann am Sonntag. Aber die letzten Einschätzungen davor von Professor Thomas König. Danke Ihnen. Alles Gute. Bitteschön. 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 Vielen Dank.